Hallo und Willkommen! Auf dem HD-Kanal DATZEN1 können Sie das Spiel des 21. Spieltags der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem SC Freiburg am Freitag, den 9. Februar 2024, um 20.30 Uhr live verfolgen. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald! Vielen Dank!